... oder so, keine Ahnung, grab, flip, lip, grab, häh? Äh, lip? BS Bonus... Das war's? Ne, gibt's nicht, ok, dann... Spezialtricks... Handstand... Äh, runter... Runter und rechts wären ja ganz interessant. Und dann L... Also Spezialleiste füllen und dann L... Fährt auch schon nice, irgendwie. Hm... Aber egal, ne, 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 wir müssen jetzt... Grab... Crocker, BS Crocker... Heee... Wo soll denn hier dieses BS Crocker Ding da sein? Flip wird's ja wohl nicht sein... Flip, BS Bonus... Level 2 haben sehen... Crocker Grind um die Pack-Ausgabe... Tricks war bei dem Crocker... 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 Cop... Nee, das hier sind ja auch die falschen Dinger hier... Grab Crocker... So, halt nach links unten dann, oder wie? Geh, links unten dann... Färst du mir vor der weh? Nee, das ist es nicht... Hey... Ich hab keine Ahnung, wie geht das? Es könnte wirklich sein, dass dieses Spiel... Sein Musikgeschmack extrem geprägt hat... ... Warte mal guck mal, wieso der BS Crocker geht... ... ja, das war Airwalk! Airwalk's übrigens auch mega geil... ... weil so was du können, das ist... ... einfach mega... ... ist unüberbietbar... ... ich meine, Skaten so denn, ist mega geil. Ich weiß nicht, ob ich es gehört habe, aber der Typ Per Ansage so, ja Wir lassen Ihr Auto absteppen und sämpfen Ihnen die Einzelteile per Post Dann sammeln Sie Kate noch jetzt Ist mir jetzt auch egal Warte, Level wechseln, wie viel brauche ich noch? Vier, hm Es geht, und dann ein bisschen Punkte machen S Ah, fuck S, S, S Hallo, ist hier noch irgendwas? Da oben müssen noch was sein, genau Hab ich das K übersehen? Wo ist das K? Wo ist das K? Hier ist das T Hier unten ist es E Wo ist das K? E ist irgendwo da? Wo kann es sein, wo kann es sein, da drin? Gas! Booyah! Fuck, Kopf! Tatsache! Man, oh fuck! Wieder kleine Unterbrechung und noch die letzten 10 Sekunden. Da unterbreche ich jetzt erstmal die Aufnahme, weil es gerade viel zu viel los ist. Viel zu viele Unterbrechungen. Also muss man sich noch ändern und so weiter. Keine Ahnung. Noch ein bisschen rum experimentieren. So, weiter. 2.000. Ja, passt auf. Haben das Geld. Jetzt ist es am Ende abgeschlossen. Noch drei Ziele dann. Mach mir, mach mir, mach mir. Da hatten wir ein Gespräch, bitte warten. Bitte warnen. Bitte warnen. Bitte warnen. Bitte warnen. Bitte warnen. Ja, neuer Versuch. Dann. Dann wechseln. Dann brauchen wir noch drei. Nächstes Mal dann in irgendeinem anderen Level. Keine Ahnung. Können gerade noch... Äh, mamamamamamamamamamamamam. Ne, nicht Skate for Fun, sondern... Da, ba, ba, ba... So, Karriere... Bar-Tweck, bin genau da. Deckwechseln. Das ist geil. Das ist eigentlich ziemlich geil. Finde ich. Griptape. Ah, das ist schon abgefragt. So muss es sein. Ja, Trashed. Radfarbe. So, das ist ein geiles Wort. Fertig. So, dann bis zum nächsten Mal.